Und hier geht's wieder ganz schnell. Und das ist eben ein Yannick Rochelt hier. Sieht, dass Atowolo, na klar, ein bisschen rauskommt, um den Winkel halt spitz zu machen. Und was machst du dann? Du hebst ihn wunderbar über Atowolo hinweg. Der Spitzenreiter schlug mit dem ersten Eckstoß zu. Nach vorne, Rochelt, hat Platz, hat den Kopf um, mit links. Bis zum nächsten Mal. Das Wort Anlaufschwierigkeiten existiert nicht in seinem Wortschatz. Kam im Sommer aus Ulm, dort in der vierten Liga, in einer Saison. Fünf Torbeteiligungen. Und jetzt fünfte Torbeteiligung im fünften Fliehspiel. Und was für ein schönes Tor. Und die Nachschlussmöglichkeit für Rochelt. Und der ist drin. 2 zu 1 für die Saison Elbersberg. 58. Minute. Boxen ist fast unmöglich. Und Rochelt, bitteschön. 4 zu 8 trägt Janik Rochelt. Und der Konter über Rochelt. Aufröger von Rochelt. Aufröger von Rochelt. störte Torbeteiligung. Gute, die hat hier Janik Rochelt. Untertitelung des ZDF, 2020